Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest und unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir nur während dem Piratentag unterspielen können. Und zwar ist das hier die Piratenflagge und diese bekommen wir hier im Strangleshorn. Wir sind einmal hier unten im Kap des Schlingendornentals und hier, wenn wir jetzt mal reingucken, auf den Koordinaten 39, 84 und zwar steht hier ein NPC, der hier, dieser Vork, und dieser verkauft uns diese Piratenflagge. Hört sich einfach an, ist aber vielleicht ein bisschen komplizierter. Und zwar, wie gesagt, braucht ihr zum einen diesen Piratentag, der wirklich nur ein Tag im Jahr ist. Bei mir genau heute, wahrscheinlich wird das Video rauskommen, wenn der Tag leider nicht mehr ist, dann müsst ihr vielleicht ein Jahr erwarten, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, vielleicht für euch an der Stelle. Und zusätzlich braucht ihr einen Erfolg, und zwar heißt der Erfolg Segelsetzen Admiral. Und für diesen müsst ihr bei den Blutsegel bukernieren, das ist die Fraktion hier, müsst ihr zumindest einen freundlichen Ruf haben. Wie bekommt ihr diesen Ruf? Und zwar könnt ihr unter anderem hier in Beutebucht die Wachen umklopfen und dann kriegt ihr Minusruf für diese ganzen Goblin-Fraktionen, Plusruf aber für die Piraten. Es gibt auch noch ein paar andere Wege, aber das wird jetzt zu weit führen. Ich habe früher damals in Düsterbruch diese Quests und diesen Shit gemacht, um das dann wieder zurückzubasteln und hin und her. Da gibt es viele, viele Sachen auch mit einem Wahnsinnigen zusammen, aber wenn ihr jetzt nur dieses Toy haben wollt, könnt ihr einfach die Wachen hier umklopfen, haut den Ruf bei der Beutebucht auf freundlich, und dann könnt ihr eine Quest machen und diese Quest gibt es nämlich bei den Piraten, wenn Blutsegel bukernieren hier und wenn ihr diese Quest erledigt habt, dann bekommt ihr diesen Admiralshult über das Achievement und könnt dann dementsprechend, wenn ihr dieses Achievement bzw. eine Heldentat, dann könnt ihr mit dem hier interagieren und bekommt auch euer Toy. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal an, leeren einmal diese schicke Flagge und dann schauen wir mal. Haben wir hier die Piratenflagge, die setzen wir jetzt einmal ein und ihr seht, wir haben so eine schwarze schicke Flagge. Das Toy finde ich sogar echt ganz nice. Hinten mit dran und das Ganze hält. Warte mal, wenn wir jetzt aufmauften. Ach, das Ganze hält unendlich. Okay, cool. Das ist cool. Warte mal, geht das nur während dem Piratentag? Nee. Cool, die Flagge hat drei Sekunden Abklingzeit und bleibt anscheinend dauerhaft drauf. Das macht was her. Okay, ja, coole Sache. Gut, das war's soweit mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.